Hallo liebe Schwurbler und Aluhutträger, die Suchmaschine schwurbel.de mit zwei U ist wieder online. Endlich, denn es ist die einzige Suchmaschine, die ausschließlich alternative Webseiten durchsucht. Sie ist jetzt basierend auf einer neuen Software, die noch schneller und übersichtlicher funktioniert. Probiert es einmal aus. Ich gebe hier ein Krieg Israel Iran Suche. Und schon innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde seht ihr das Suchergebnis, teilweise auch mit Thumbnails, von, wie ihr hier seht, die grüne Schrift von alternativen Nachrichtenportalen präsentiert. Ja, 10.000 Suchergebnisse. Wir starten jetzt erstmal mit einer guten halben Million Dokumenten, aber diese Zahl steigt jeden Tag, bis es irgendwann viele Millionen sind. Und wenn ihr meint, dass eine Webseite fehlt, schreibt mir gerne an info.schwurbeltreff.de. Dann füge ich die gerne innerhalb der nächsten Tage hinzu. Also, lasst uns schwurbeln, was das Zeug hält. Mit schwurbeltreff.de Okay.